In Dragon's Dogma 2 kann man alles One-Shotten, was man möchte. Man muss nur wissen, wie. Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn du genauso abgehen möchtest wie im Video, dann bleib dran. Servus, Ewekte! Willkommen zum nächsten Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr suchtet immer noch ordentlich in Dragon's Dogma 2 rein. Ich bin jetzt bald mit der Story durch. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare rein, wo ihr aktuell unterwegs seid. Bin ich mal echt gespannt, aber bitte ohne Story-Spoiler. Heute geht es ums One-Shotten. Wenn ihr zum Beispiel irgendwo in der Story oder an einem starken Boss nicht weiterkommt oder ihr allgemein die starken Gegner eben einfach nur zerstören möchtet, dann seid ihr hier goldrichtig. Drei verschiedene Wege kann ich euch in diesem Video zeigen. Gehen ab Mitte des Spiels, wenn ihr in Batal in der Wüstenstadt unterwegs seid. Wer euch das Video informiert, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich beginne mit der ersten Möglichkeit und zwar mit Medusas Kopf. Den könnt ihr mit euch führen. Man kann ihn im Spiel abschlagen. Ich zeige euch gleich, wie man packt ihn aus, hält ihn nach vorne und sämtliche Gegner im Spiel werden zu Stein eingefroren. Selbst Scharke Drachen kann man damit super easy zerstören. Sollte man irgendwo in der Story nicht weiterkommen, kann man diesen Effekt eben benutzen. Der einzige Nachteil, wenn man diesen Kopf verwendet, leider bekommt man keinen Loot, weil der Gegner nicht indirekt stirbt, sondern nur versteinert ist. Aber dennoch eine extrem coole Sache, schnell und easy die Gegner eben zu zerstören. Und man kriegt auch eine extrem coole weitere Belohnung von Medusa, wenn man sie besiegt. Und zwar müsst ihr hier an diese Position hin. Ist ganz links auf der Karte eine Höhle. Und wenn ihr dort reingeht, dann findet ihr Medusa vor. Wie bekommt ihr jetzt diesen Kopf von ihr? Ihr dürft auf jeden Fall nicht einfach so Schaden mit der Gruppe drauf machen, sondern ihr dürft nur auf den Kopf Schaden machen. Und das auch noch mit Schwertern. Also schnappt euch euren Dieb. Ihr müsst den Dieb nicht mal gelevelt haben. Ihr braucht aber starke Schwerter. Falls ihr keine starke Dolche habt, macht auf jeden Fall die Anfangsquest in Batal. Und zwar mit den Banditen. Da bekommt man nämlich am Schluss aus einer Truhe sehr starke zwei Klingen im Endeffekt raus. Und die habe ich auch benutzt, um diesen Kopf eben abzuschlagen. Wahlweise könnt ihr natürlich auch in Batal etwas stärkere Dolche kaufen. Aber das kostet natürlich Geld. Würde ich mir im Endeffekt sparen. Und dann heißt es, die Vasallen an Ort und Stelle stehen lassen. Auf Halt befehligen, dass sie keinen Schaden auf Medusa machen. Und klettert dann auf sie hoch. Er greift sie ganz nach oben. Ihr müsst wirklich auf dem Kopf ganz oben sein. Und dann drückt ihr einfach immer wieder die X-Taste oder die Viereck-Taste und hämmert die Klingen in den Kopf von Medusa rein. Mich hat sie teilweise auch runtergestoßen. Desto mehr Schaden ihr natürlich macht. Umso leichter ist das Ganze. Bei mir ist er auf jeden Fall ganz am Schluss abgefallen. Aber man schafft es auch scheinbar, wenn man eben mehr Schaden wahrscheinlich macht, dass er früher abfällt. Dann fällt er auch in einer besseren Qualität. Das ist scheinbar aber aktuell verbuggt noch ein bisschen. Aber ihr habt es bei mir gesehen. Er fällt eben dann am Schluss runter. Liegt auf dem Boden. Ich habe leider die schlechteste Qualität bekommen. Dennoch kann ich ihn im Inventar ausrüsten und dann eben für eine bestimmte Zeit noch mitschleppen und dann eben ja sämtliche Gegner im Spiel versteinern. Und das funktioniert natürlich super auch bei Drachen, wenn ihr irgendwo eventuell nicht weiterkommt. Oder zum Beispiel bei einer Nebenquest muss man ja einen Drachen versteinern. Und vielleicht hat ein oder andere von euch eben diese Quest schon angenommen. Fragt sich eben wie. Und jetzt wisst ihr auf jeden Fall, nehmt den Dieb, hackt den Medusa-Kopf ab, geht dann zum Greifen erst drüber und ja, dann könnt ihr den Greifen einfach easy einfrieren und die Quest perfekt abschließen. Weiter geht's mit der krassesten Möglichkeit. Die effektivste zeige ich euch zum Schluss. Aber die krasseste sollte man auf jeden Fall gesehen haben, denn die ist auch für Erfolge und andere Sachen super nützlich. Und zwar mit dem Verhängnis-Pfeil. Es gibt einen Pfeil im Spiel. Wenn man mit dem Bogenschützen spielt, kann man wirklich einfach jeden Gegner damit one-shotten. Man braucht wirklich nur diesen Pfeil in die Szene einzulegen, abzuschießen und alles ist im Spiel einfach Geschichte. Selbst die stärksten Gegner im Spiel können so einfach vernichtet werden. Das Problem aber an diesem besonderen Pfeil, er ist nur zweimal im Spiel drinnen. Bis jetzt habe ich ihn nur zweimal auf jeden Fall gefunden. Ich zeige euch auch gleich, wo. Und ihr könnt damit dann eben auch super easy Erfolge zum Beispiel bekommen. Unter anderem könnt ihr so zum Beispiel diesen fetten Titanen, der aus dem Wasser kommt, easy one-shotten und bekommt eben so einen Erfolg, falls ihr das Ganze haben möchtet. Oder ihr könnt zum Beispiel auch die Finks so easy töten und bekommt dann on top noch die letzte Belohnung. Also spart euch auf jeden Fall diese Pfeile für besondere Gegner im Spiel auf. Dafür ist er auch, aber es sieht natürlich schon extrem cool aus, wenn man damit einfach einen Drachen one-shotten kann. Wo bekommt ihr diese Pfeile her? Den Pfeil Nummer 1 bekommt ihr im Laufe der Hauptstory. Man kann aber auch glaube ich schon davor hin und zwar ist es hier an dieser Position. Dort sitzt ein Wandmaler in einer Höhle drinnen und mit dem könnt ihr sprechen und der hat eben einen Shop und dort könnt ihr den Verhängnis-Pfeil einmal einkaufen. Nummer 2 ist bei der Finks selbst. Wenn ihr die Finks-Quest macht, werde ich für euch auch noch einen Guide rausbringen. Dann bekommt ihr eben aus einer Truhe ebenfalls dann einen Pfeil raus und somit habt ihr eben beide. Und wenn ihr dann Bogenschütze spielt, ihr müsst ihn nicht mal hochleveln, ihr müsst diesen Pfeil dann eben nur ausrüsten im Inventar und dann ist er automatisch eingelegt. Ihr müsst dann einfach nur die RB-R1-Taste drücken und dann anzumal den Schuss eben absenden und der Gegner ist direkt tot. Ihr solltet natürlich nicht vorbeischießen und als Tipp auch noch, wenn ihr diesen Koloss damit töten möchte, der aus dem Wasser kommt, schießt am besten auf so eine Schwachstelle, auf so einen pinken, äh, lila Spot und nicht direkt auf die Brust oder auf den Panzer. Bin mir jetzt nicht sicher, ob es da dann auch funktioniert. Ein Kollege hat es von mir auch so jemals schon ausprobiert und der hat eben in so einen Weak-Spot reingeschossen, der eben leuchtet und dann war der komplett tot. Man muss danach noch zwei, dreimal öfter draufballern, aber auf jeden Fall geht das so extrem schnell. Die dritte Möglichkeit ist jetzt die effektivste. Man kann sie am einfachsten wiederholen. Ihr müsst nicht immer zu Medusa gehen und eben diesen Kopf holen oder eben nur diese zwei Verhängnis-Pfeile verwenden, sondern ihr spielt einfach den magischen Bogenschützen und drückt die legendäre Fähigkeit. Wer da rankommt, möchte ich euch gleich zeigen. Mit dieser legendären Fähigkeit lädt man einfach den Bogen auf. Desto länger ihr den Bogen aufladet, umso mehr Schaden macht ihr am Gegner. Der Nachteil, wenn man eben so stark ist, ähm, ist, dass man eben sein Leben verbraucht, dafür extrem viel Schaden macht. Wenn ihr zum Beispiel einen extrem starken Drachen habt, dann müsst ihr eben sehr viel Leben verbrauchen, um ihn run zu schotten. Habt ihr jetzt zum Beispiel einen Ogre, einen Zymklob, müsst ihr sehr wenig Leben verbrauchen. Und, ähm, man kann dieses Leben natürlich wiederherstellen, wenn man schläft. Entweder ihr geht in eine Gaststätte oder, noch besser, wenn ihr unterwegs seid, einfach ein Lager aufstellen, übernachten und dann habt ihr wieder den vollen Lebensbalken. Denn es wird nicht nur verbraucht, das Leben, sondern, ähm, es wird eben auch reduziert, eher gesagt. Ähm, man kennt's ja, wenn man länger fightet. Also es geht nicht, dass ihr einen Drank danach trinkt und wieder voll seid. Außer ihr habt einen speziellen blauen Drank. Aber der ist etwas seltener und teurer. Im Spiel würde ich euch nicht empfehlen. Wenn ihr dann eben so einen Drachen One geschottet habt, müsst ihr danach einfach kurz übernachten an einem Lager. Und dann ist das Leben wieder aufgefüllt. Und so könnt ihr natürlich sehr schnell und effektiv durchs Spiel durchkommen, weil ihr da sämtliche Gegner One-Shotten könnt. Wichtig ist natürlich auch, dieses Bogen skaliert mit Magie. Also es kommt nicht nur aufs Leben drauf an, sondern ihr müsst im Endeffekt auch so hoch wie möglich euren Magiewert pushen. Desto stärker und höher der Wert ist, umso weniger Leben müsst ihr natürlich auch verbrauchen, um einen Drachen One zu shotten. Und, ähm, die Möglichkeit ist auf jeden Fall extrem geil. Und ich spiele sehr gerne damit, um eben schnell und effektiv irgendwelche Sachen zu farmen. Wo bekommt ihr den magischen Bogenschützen her? Und zwar ganz unten hier an dieser Stelle auf der Karte. Ihr könnt einfach von Bad Batal links einfach entlang runterlaufen, durch die Höhle durch und kommt dann zu dieser Position. Dort steht ein Mann rum, der klagt über Rückenschmerzen. Ihr gebt ihnen einfach drei verschiedene Kräuter. Er bedankt sich, ihnen geht es schon besser. Er geht zum Haus in der Nähe. Das ist einfach und top drüber. Lauft dorthin. Und dann gibt es kurz eine Cutscene. Er bedankt sich nochmal. Es kommt auch eine Elfe raus, eine Elfin. Und, ähm, geht dann einfach ins Haus danach rein. Und startet die Folgequest von diesem Mann. Und ihr müsst ihn einfach ins nahegelegene, ja, Dorf in ein Lager bringen, wo heiße Quellen sind. Dass es seinem Rücken besser geht. Ihr müsst ihn also eskortieren. Und wenn ihr ihn zu diesen heißen Quellen eskortiert habt, ist bei mir nochmal die, ähm, Elfin aufgetaucht. Und die hat mir dann eben die Laufbahn freigeschalten und auch gleichzeitig die Schriftrolle für die legendäre Waffenfähigkeit gegeben. Die kann man im Inventar dann einfach anwenden. Und so kann man natürlich den Skill dann einfach ausrüsten und ist mit dem magischen Bogenschütze extrem stark unterwegs. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas richtig Cooles zeigen. Mehr coole Videos kommen auch in den nächsten Tagen raus. Wer die nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit dem Abo dabei bleiben. Wer noch Fragen hat, schreibt sie einfach in die Kommentare rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nausprobieren, beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.